Herzlich Willkommen bei Ilse Botner Weine. Heute möchte ich Ihnen den Touraine Sauvignon vorstellen von der Domaine Bellevue. Das ist ein Wein, der passt einfach zu allem was schwimmt, aber auch noch zu vielem mehr. Der Domaine Bellevue Sauvignon kommt von der Loire vom Anbaugebiet Touraine. Er ist nicht nur ein idealer Bekleider von Fisch und Krustentieren, er passt auch zu warm servierten Fischgerichten, zu kalten Fischplatten, er harmoniert ebenso mit Ziegenkäse, passt genauso gut zu Paprika und Tomatengerichten und ist außerdem ein idealer Spargelwein. Er hat eine brillante strohgelbe Farbe mit goldenen Reflexen. In der Nase dominiert die Stachelbeere, es zeigen sich aber auch exotische Früchte wie Mango und Litchi. Der volumenreiche Wein hat im Mund eine große Fülle und durch den langen Nachhall bleibt es nicht bei einem Glas, das werden Sie feststellen. Der Winzer Patrick Wobi ist der Erzeuger dieses tollen Weines. Er versteht sich darauf, aromareiche Weine herzustellen, Weine für jeden Durst, für jeden Tag. Äußerst elegant und aromatisch zugleich. Patrick Wobi benifiziert seine Weine nach den Richtlinien von Terra Vitis, das heißt so viel, dass man darunter einen integrierten Anbau versteht. Also er arbeitet nach ökologischen Gesichtspunkten, im Vordergrund steht die Vitalität des Bodens, Fremdeinwirkungen sollen vermieden werden und wenn dies doch notwendig ist, so wendet er Methoden an, die denen des biologischen Anbaus gleichen oder zumindest ähneln. Wenn Sie an diesem Wein interessiert sind, dann kommen Sie bei uns vorbei in Homburg im Ostring 24 oder bestellen Sie ihn online unter Ilse-Bodner-Weine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017